Hallo YouTube und willkommen zum Vergleichsvideo zwischen dem Samsung Galaxy S4 und dem Google Nexus 4. Und zwar erstmal wieder von außen. Ich hoffe es wird nicht zu lang. Also wir besprechen, wie fühlen sich die Geräte an, wie lassen sie sich bedienen, wie finde ich die Lautsprecher, vor allem wie finde ich die Displays und welche Unterschiede mir sonst noch so auffallen. Legen wir die Geräte mal direkt nebeneinander. Was fällt auf? Das S4 ist ein bisschen länger, aber in der Breite tun sich die beiden nicht wirklich viel. Wenn ich da auch mit dem Finger dran vorbeigehe, das N4 ist ein Ticken schmaler, aber nicht wirklich viel. Wenn man jetzt noch in die Dicke guckt, da merkt man auch nicht so den Unterschied. Das täuscht hier optisch, aber wenn ich dann mal wieder meinen Fingervergleich mache, hier so über die Geräte rübergehe, da merkt man nichts. Also die sind Pi mal Daumen gleich dick. Und das verwundert ein bisschen, denn wir haben hier eine 4,7 Zoll Bildschirmdiagonale im Vergleich zu einer 5 Zoll Bildschirmdiagonale. Auch bei der Auflösung ist ein riesen Unterschied. Samsung macht hier Full HD, also 1920x1080 Pixel. Kommt dabei auf 441 ppi und das Nexus 4 von LG übrigens, setzt hier auf 1280x768. Kommt darauf auf 316 ppi und wenn ihr mich fragt, sehe ich bei der Auflösung, bei der Schärfe einen Unterschied ab einer gewissen Nähe auf jeden Fall. So im täglichen Gebrauch, so ein Ticken, ja, wenn man dann noch näher an die Geräte drin geht, wird es natürlich richtig deutlich. Das sehe ich allein schon bei den App-Bezeichnungen. Die sehen schon auf dem Full HD Display noch eine ganze Ecke schärfer. Wenn ich das so im täglichen Einsatz sehe, was weiß ich, sagen wir mal hier auf der Technik-Faultier-Homepage, da merkt man schon einen dann doch Unterschied, wenn man näher rangeht. Ich will nicht sagen, dass das beim Nexus 4 schlecht ist, aber wir sind ja hier im Vergleichsvideo und beim Samsung S4 ist es eindeutig schärfer. Unterschiedliche Display-Technologien auch hier. Wir haben hier ein LCD-IPS-Display und hier wieder Super-Amulett. Und merke ich einen Unterschied? Ich würde sagen, ja, einen Ticken. Ihr seht hier gerade den Weiß-Unterschied. Und das geht in Ordnung. Also im direkten Vergleich denkt man sich nur, boah, krass, super weiß hier und hier. Nicht so. Ja, auch dem S4 wird da nachgesagt, nicht so ganz sauber zu sein oder nicht so ganz prickelnd zu sein. Wenn man aber nur das S4 sieht, fällt es einem überhaupt nicht auf in meinen Augen. Nur bei diesen direkten Vergleichen. Auf der anderen Seite wird dem Nexus 4 nachgesagt, es hat verwaschene Farben, es hat nicht so leuchtstarke Farben. Und dem muss ich im Vergleich zustimmen. Wieder hier im normalen Alleinebetrieb fällt mir das gar nicht auf. Das ist wunderbar. Aber wenn man dann daneben die leuchtenden Farben hier vom S4 sieht, das ist schon anders. Also ich würde hier definitiv Display-Sieger eindeutig das S4 herausholen, also ausrufen. Dann, ich weiß nicht, ob man es hier so sehen kann, bei den Spiegelungen. Das wirkt immer so schwierig einzufangen bei der Kamera. Aber das S4 spiegelt bei weitem nicht so sehr wie das Nexus 4. Bei der Helligkeit würde ich sagen, sind die Pi mal Daumen ebenbürtig. Vielleicht sogar noch das S4 ein Ticken mehr. Ich komme aber mit beiden klar. Aber definitiv der Display-Sieger für mich ist das S4. Kommen wir noch zu den Lautsprechern. Wie sieht es da aus? Telefonieren? Wunderbar mit beiden. Also Audioaufzeichnung auch so, klasse. Aber wenn ich dann jetzt hier ein YouTube-Video zum Beispiel spiele. Ich habe es eben nochmal mit einem Faultier-Video gemacht. Da merke ich schon beim Abspielen, das S4 hat definitiv einen viel, viel, viel besseren Lautsprecher. Der ist lauter, der klingt voluminöser. Aber ich kann ja mal versuchen, auch wenn ich, ich habe hier mal so Probleme und schon wieder gestoppt. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge. So, und jetzt mal das N4. Und nicht, dass ihr denkt, das ist nicht auf voller Lautstärke. Oh doch. Da merkt man im direkten Vergleich, klingt das hier eher dünn und schwachbrünstig. Aber, was ich jetzt ja total vergessen habe, um meinen Rundgang um die Geräte und vor allem der erste Eindruck, man nimmt es in die Hand. Natürlich ist das Nexus 4 fühlt sich in meinen Augen wirklich gut an. Glasrückseite, die Gummi-Umrandung, es fühlt sich toll in der Hand an und ich komme überall bei diesen 4,7 Zoll problemlos überall dran. Beim S4 merke ich, es fühlt sich dünner in der Hand an, obwohl es gar nicht so viel dünner ist. S4 fühlt sich größer an, das merkt man richtig. Aber dann beim 5 Zoll Display hört es dann bei mir auf, da kommen dann hier so oben diese paar, diese halbe Zentimeter extra, den ich nicht mehr richtig erreichen kann. Deswegen, also gilt für mich die einfache Bedienung definitiv zum Nexus 4. Aber wie sieht es denn an der Gewichtsfront aus? Wir haben nämlich 9 Gramm Unterschied. 139 Gramm, 130 Gramm. Dann merkt man die, vielleicht mini, mini, mini mal würde ich sagen. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass man hier eine stabile Glasrückseite hat. Also es fühlt sich halt stabiler, kräftiger in der Hand an. Hier hat man bei diesem Polycarbonat immer noch den Eindruck, das ist leicht, das ist, obwohl es sich nicht verbiegen lässt und auch nicht eindrücken lässt, habe ich hier den Eindruck. Deswegen würde ich sagen, eindeutig besser in der Hand fühlt sich das, trotz des höheren Gewichts, das Nexus S4 an und ich kann es auch besser bedienen, weil das Display nicht ganz so groß ist. So, aber wir müssen ja noch unsere Tour um die Geräte machen. Linke Seite, lauter und leiser Wippe bei beiden Geräten, nicht sehr kreativ. Dann oben, Lautsprechereingang, also Kopfhörereingang oder Ausgang, je nachdem wie man es sieht. Auch nicht, da tut sich auch nicht viel. Mikrofon fürs Freisprechen. Mikrofon fürs Freisprechen ist auch beim Nexus 4 vorhanden. Dafür haben wir hier noch unsere Infrarotfernbedienung, die nicht wirklich mit vielen Geräten funktioniert, meiner Erfahrung nach. Dann auf der linken Seite noch den On-Off-Schalter bei beiden und jetzt habe ich doch tatsächlich auf der rechten Seite den Micro-SIM-Karten-Slot vergessen beim Nexus 4. Beim S4 kommt die Micro-SIM-Karte unter die Abdeckung, die sich leicht öffnen lässt und auch leicht wieder schließen lässt. Wunderbar, auch wenn man sie in der Hand hat und denkt sich, ist die dünn, aber alles stabil. Vorteil hier natürlich, ich habe hier noch die Möglichkeit, das S4 gibt es mit 16, 32 und 64 GB, wobei bisher nur die 16 GB zu kaufen sind. Und einem SD-Karten-Slot, der glaube ich auch nochmal bis 64 GB unterstützt. Nachteil von 16 GB sind schon mal über die Hälfte, könnt ihr gar nicht benutzen, weil Samsung die mit Zeug vollgepackt hat. Bei der Speicherkarte dann der Nachteil, davon lassen sich im So-Zustand keine Apps von installieren. Und dann versucht man auch bei der 16-Variante zwei, drei Spiele draufzupacken und dann geht das Geschrei los. Da müsste dann konsequent sein und alle Fotos und Musikdateien auf die Speicherkarte packen. So, dann noch die Unterseite. Schrauben, 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 Lautsprecher und unser Micro-SD-Port. Da tun sich auch beide wieder nichts, also sehr, sehr ähnlich die Geräte. Dann auf der Rückseite haben wir hier unsere, was war es, 13 Megapixel-Kamera und unsere 8 Megapixel-Kamera und unser Blitz. Bei beiden die Kamera, also hier beim S4 die Kamera durch die Umwandlung geschützt, beim Nexus so leicht eingelassen. Aber leicht besser geschützt hier. Und der Lautsprecher ist auf der Rückseite. Beim S4 ist der wunderbar durch so einen Nöppel geschützt. Das heißt, wenn ich das Ding auf den Tisch lege für Mucke, dann liegt es nicht ganz auf, sondern der Lautsprecher kriegt so ein bisschen Luft und ihr büßt nur, sage ich mal, 10-15% Lautstärke ein. Beim S4 ist der Lautsprecher ins Gehäuse sozusagen integriert. Da ist dann hier eine kleine Öffnung und wenn ihr das Gerät dann auf den Tisch legt, dann ist es erstmal Essig mit Sound. Also das können da dann knicken. Wo wir gerade bei den Fotos waren. Wer macht bessere Fotos? Wer macht bessere Videos? Definitiv das S4. Gar keine Frage. Da liegen, ich sage nicht Welten zwischen, aber der Gewinner ist klar. Beim Nexus 4, die liefert, ich sage mal, Standardqualität. Das ist noch zu gebrauchen, aber man merkt halt nach wie vor, es ist mit einem Smartphone geschossen. Hier, je nachdem wie ich da schieße und was ich für eine Beleuchtung und so habe, sieht das Ding auch schon super aus. Kommen wir noch zur Vorderseite. Machen wir mal die Displays wieder an, damit ihr auch was seht. Und zwar haben wir da noch die ganze Reihe von Näherungssensoren, Lichtsensoren und die Frontkamera mit 2 Megapixel, die auch 1080p Full HD aufnimmt, während hier unsere 1,3 Megapixel nur in HD Ready aufnehmen. Auch hier wird ja der Bildqualitätsunterschied sowohl Video als auch Fotos deutlich. Jedoch muss ich sagen, wenn ich einen Skype oder Hangout, da ist es dann total egal. Letzter Unterschied noch. Beim S4 nutzen wir das komplette Display und haben hier unten dann unsere Knöpfe. Ein richtiger Homebutton zum Drücken und daneben noch Sensortasten für Menü und für Zurück. Und beim N4 ist dann der Nachteil, dass die Touchscreens, also die kapazitiven Tasten, einen Teil des Displays abschneiden und darauf angezeigt werden. Wir haben keinen physikalischen Homebutton, sondern Homebutton, App-Switch-Taste und Zurück. Und kann man sehen, wie man will. Ich bin immer ein Freund von diesem, vielleicht sind es all die Jahre iPhone-Nutzung, die da mitschwingen, aber ich mag auch den physikalischen Homebutton hier sehr haben. So, was gibt es jetzt noch abschließend zu berichten? Die Dinger unterscheiden sich natürlich. Das Ding hier ist fast ein Jahr alt. Google wird wahrscheinlich in wenigen Tagen Nachfolger vorstellen, spätestens in wenigen Wochen. Nun, was das Nexus 4 auszeichnet, ist, dass es nach wie vor ein super Preis-Leistungssieger ist. 300 Euro für die 8 GB, 350 Euro für die 16 GB, gibt es auch immer mal wieder günstiger. Sind ein tolles, tolles Angebot. Vor allem was die Power angeht, Performance 2 GB, RAM sind auch dabei, Quad-Core ist dabei. Und vor allem, ihr kriegt immer die neuesten Nexus-Updates und das Gerät ist flüssig. Im direkten Vergleich, Samsung hier mit seinem Touch-Wizard-Oberfläche und so, da hakelt es immer mal wieder, da ruckelt es. Habe ich beim Nexus nicht, das rennt wie Sau. Natürlich, sobald da mal eine App geladen ist, läuft es alles auch. Aber gerade bei so App-Wechselprozessen hat das Nexus 4 in meinen Augen immer noch die Nase vorn. Also wir haben hier einen super Preis-Leistungssieger und es ist immer noch ein tolles Telefon. Wer mit der schwächeren Kamera leben kann, kann da auch bedenkenlos zugreifen. Die Frage ist, was würde Google als Nachfolger vorstellen und ich will nicht sagen, ob sich da powermäßig der Aufpreis lohnt. Vielleicht gibt es dann LTE-Unterstützung. Die hat das Ding nämlich nicht, LTE hier. Vielleicht gibt es auch ein höher auflösendes Display, ganz gewiss. Aber was in den Sternen steht, ist, ob Google nochmal so einen Preis-Leistungs-Hammer rauspackt, rausholt oder ob die dann einfach hingehen und den Preis um 100 Euro anheben oder 150 sogar. Bleibt abzuwarten. Auch gibt es hier keine Micro SD-Karten-Erweiterung. Hatten wir ja schon. Also 300, 350 Euro je nach Variante. Wenn man mit wenig Speicherplatz auskommt, auf jeden Fall. Beim S4, die Preise sind natürlich gerade auch im HTC-Preiskampf und Samsung hat davor, so viele Millionen von diesen Dingern zu verkaufen. Die Preise werden auch mit der Zeit sinken. Inzwischen, glaube ich, kostet das Ding nur noch neu 630. Bei Amazon gibt es die schon im Warehouse, die, glaube ich, für 580. Ihr seht, das Ding ist gerade noch keinen Monat raus und es purzeln schon die Preise. Natürlich wäre haust ihr ein bisschen rausgenommen. Aber das Ding wird in den nächsten Monaten bestimmt noch massiv im Preis sinken. Letzter Punkt, den es noch gibt. Denkt an die Update-Politik. Zum Beispiel bei den Nexus-Geräten könnt ihr sicher sein, dass ihr schnellstmöglich mit Vanilla Android dann natürlich die Updates von Google bekommt. Und bei Samsung ist das immer so eine Sache, wenn man sich da jetzt die Update-Politik vom S2 anguckt, wie lange das gedauert hat, wie das jetzt beim S3 aussieht. Ja, also, na gut, was erzähle ich hier? Wem Updates, Software-Updates und neueste Android-Versionen wichtig sind, der setzt natürlich auf Nexus. Oder der routet und packt sein eigenes Kasten-ROM drauf und, und, und. Da muss ich nichts zu sagen. So, das war mein kurzes Vergleichsvideo mal wieder zwischen den beiden Geräten. Ich hoffe, ich habe viele Fragen beantworten können. Wenn jemand noch was wissen will, schreibt es mir, mailt es mir, textet mir, kommentiert mir und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.